Spinn, lass ich dich spinnen. Komm! Komm! Ja. Dann dich da. Ich wuchs mir zu viel Blut. Dann dich. Doch. Oh mann, oh mann, oh mann, oh mann. Ich bin heute konzentriert irgendwie. Glaub ich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder, oh oh, ein Geheimraum, oder ich hab einfach so eine Wüxel, sowas wollen. Spider-bit. Okay. Was macht das? Was ist das? Die Gäste? Ach, die Gäste. Schon wieder Gäste. Gegner. Also ihr merkt, Gäste sind für mich wie Gegner. Wenn die ins Restaurant kommen, möchte ich am liebsten hier Shutdown und so. So Hedgehot voll ins Knie nehmen. Ja, ich weiß, dass ich Hedgehot voll ins Knie gesagt habe, aber ich finde es eigentlich vorsichtig. Ich weiß gar nicht, wer das denn jetzt zu mir gesagt hat, diesen Schmuck. So, auf jeden Fall auch auf Arbeit irgendeine Kollegin. Oh, Game Pit? Oh, cool. Bin ich so und so oft in diesem Raum gelaufen, nehme ich jetzt einfach mal an. Oh, ein Schlüssel, ein Schlüssel. Ich will den Schlüssel. Und unsere Zeit ist abgelaufen. Oh mein Gott. Ja, und jetzt piept mein Handy hier. Ähm, ja, ich rate einfach mal, ja. Okay, mach ich einfach weiter und ich hoffe, dass es dann zwei Parts werden. Vielleicht wären es auch nur so 20 Minuten, dann könnte ich es auch noch hochladen. In dieses Spiel, dann könnte man sich ja unentwegt aufhalten. Hören wir mal so mehrere Stunden. Ja, den Weg. Ja, klar. Warum hätte ich den Äußeren genommen? Wäre es das bestimmt gewesen. So, am Wochenende muss ich dann wieder arbeiten. Und ich nehme an, morgen werde ich dann keine Zeit finden, weil gerade, ich komme gerade zu Heim, werde ich eigentlich einen Livestream gucken. Ähm. Ist jedenfalls so geplant. Aber ja gut. Man weiß ja nie. Dann muss ich bestimmt länger bleiben oder so. Mal was Neues. Oh, cool. Ganz dem Schaden. Nee, das ist voll langsam. Und ich glaube, Range-Up ist wirklich die Schnelligkeit. Wow. Oh, ihr blöden Idioten, ihr. Kommt jetzt. Ist nicht euer Ernst. Oh, Mann. Ich hasse euch. Boah. Hallo. Also, haben die Mane im Bau. Ist ja ekelhaft. Oh, ein Schlüssel für mich. Ein Herz für mich. Ich glaube, so eine lange zweite voirliche. Hm. Das ist ja, dass ich irgendwann mal umkommen würde. Schon gar nicht so schlecht. Okay, okay. Ja, cool. Aber jetzt sind wir irgendwie voll gut. Oder ist Range die Stärke? Ich bin echt gerade einmal liegen. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Ich muss gleich mal kurz ins Menü gehen. Komm. Okay, jetzt bin ich jetzt hier. Okay, geht. Okay. Oh, Mann. Letzt war ja meine Schwester, der hat mich... Oh, Mann, oh, nein! Ach, komm, ey. Das war nur, weil ich diese blöde Pille aufbohr. Die auch noch total assi ist. Ich muss jetzt mal gucken, was ist in Range. Ah, nee, ist nicht. Oh, nein, 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 nein. I want not to die. Please. Thank you very much. Ähm, ja, muss wieder aus dem Bild. Ähm... Ja, mit einem Herz gehe ich jetzt nicht zum Boss. Komm. Geh mal oben nochmal für 13 Münzen. Am besten an dem Spielerautomaten. Ein bisschen sterben oder so. Äh, sterben. Zocke, muss ich sagen. Ich zocke in einem Spiel. Also die Spielfigur zockt in einem Spiel. Äh, nee, dann spende ich mein Herz. Dann muss ich... Guck mal, einfach mal. Geld? Ja. Äh, nee, Herz und so. Geld hab ich. Ja. Wie gesagt, Geld hab ich und so. Okay. Könnt ihr ja noch voll hell sein. Wenn ihr es natürlich nicht sterbe ich an der Pille. Oh. Ja. Hallo? Willst du mich grad verarschen? Ja. Genau. Dann sind wir auf. Speed up. Okay, hau mal bald alle Pille durch. Glaube ich. Hm. Hm. Okay. Bitte. Oh, nicht schlecht. Gefällt mir. Ich hätte gerne trotzdem noch ein Herz. Danke, liebe Spiel. Bitte, bitte. Komm jetzt. Herz. Komm, ich hab noch Freimünzen. Ich opfer dir die. Bitte. Wie ich das heiße. Geld. Also, im wahren Leben nicht. Ich hab' sich kein Geld, aber... Ich hab' auch Herz und will noch eins, bitte. Oh, yay. Okay. Dann können wir ja hier noch was. So, das machen. Gut. Und erstmal blau noch mal. Speed up. Dann machen wir nochmal Speed up. Dann bin ich ganz, ganz schnell. Dann legen wir die Bombe. Mal. Ah. Juhu. Oh. Oh. Ich hab' auch noch was. Ich hab' auch noch. Okay. So blau. Speed up nochmal. Ja. Ja. Äh. Nehmen wir doch. Ich weiß eigentlich, ist es zu schnell schlecht? Also. Jetzt ernsthaft. Also, ist es zu schnell schlecht? Nee. Denk ich nicht. Wenn ich wegrennen könnte, wäre ich... Äh. Konnte mir auf jeden Fall keiner hinterher kommen. Ähm. Ja. Die Ebene war ja schon gar nicht so schlecht. Also dafür. Welcher bin ich jetzt? Zweiten? Äh. Der Eklige. Boah. Der ist auch krassartig. Ja genau. Erstmal langsam. Ja. Und kann ich spinnen? Ich bin ja nicht hier. Äh. Kann ich so und so nicht leiden. Gegen lasse ich mir ja noch. Äh. Komm ich ja noch mal klar? Ah. Ah. Komm. Du blöder Idiot. Ja. Das geht jetzt mal nicht so schlecht. Oh. Cool. Ja. Ich bin ja richtig gut und so. Geld. Ja hatten wir ja heute noch nicht Geld und so. Immer her damit. Bis das Konto voll ist. Ähm. Ja. Nichts Ebenen. Sind wir jetzt 1, 2, 3? Oh. Das wird ja richtig spannend jetzt. Kommt schon hier diese Creepie runterlegen. Holy Water. Der ist ja auch nicht schlecht. Ah. Aber warum? Ist der jetzt? Warum ist der jetzt ein anderer? Ich hatte doch die ganze Zeit den, äh... stark pigmentiert, in welchem Fall. Ja. Ich bin... Ja. Das ist ein Spaß. Also wirklich. Du hast jetzt echt nicht gemeint. Hä? Was war das denn? Warum holte ich denn jetzt den ein? Und... Ist das nur, wenn ich das Holy Water habe? Oder... Oder war das jetzt einfach nur ein Bug? Dann gehe ich jetzt gleich im nächsten Raum. Range up. Range up. Range up. Machen wir auch nochmal. Ja, schon mal die Qual der Wahl haben hier. Ne, jetzt hab ich wieder den. Hä? Ist ja komisch. Ne, jetzt nicht mehr. Okay. Ja. Machen wir mal was Neues. Ja, äh... Normal. Wie ich jetzt einfach mal wieder erzählen kann. Habe ich ja sonst voll die Probleme. Aber gerade... Ich glaube, das ist sobald ich müde werde, bin ich so voll im Redefluss. Aber eigentlich bin ich... Oh. Eigentlich bin ich total müde. Okay. Jetzt würde ich das gerne... Okay. Was war das? Friends to the end. Okay. Das liegt echt an den Holy Water. Hätte ich ja jetzt echt nicht gedacht. Boah, EVE. Nein, euch hat sich ja. Zieh weg. Zieh weg, 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 weg. Genau. Ah. Oh man. Nein. Komm, äh. Willst du mir? Ja. Ja. Oh Gott. Ist das jetzt ein anders fahriger Stein? Das ist gar nicht in der Mitte. Ja. Komm, geh mal gleich zum Boss. Boah, EVE. Den hat sich ja noch nicht. Warum... Boah. Eee, was bist denn du für eine eklige Sau. Ach ja. Ist das schon abartig? Trifft der nur gerade mal? Boah. Eee, das ist echt ein ekliger Tanker. Oh, ich glaube das war unser Ende. Oh, ich habe mich schon fast ans Mikro geboxt wieder. Oh, hm, hm. I, äh, dear diary, today I died. Ne, Quatsch, erzähl. Wie konnte er das jetzt schreiben? Na gut. I was killed by this thing in some dark place. I leave all that I own to my cat guppy, äh, guppy, guppy, guppy wie der Fisch. Kleine Anekdote, dass dieses Tier, was, ja, das war wirklich eklig, also ugly. Ja, goodbye, cruel world, Maggie. Ja, schon geil, äh, hätten ja wenigstens so, dann sich was anderes ausdenken können. Also, wir haben ja die Maggie und den Isaac und, ähm, den Samson und, äh, wie heißen die anderen denn alle, die man sich da aussuchen kann. Und da hätte man ja wenigstens machen können, dass jeder so ein anderes Tier hat, also. Ja, obwohl, ist ja eigentlich egal. Also ein bisschen kleine andere Story. Naja, okay, ähm, ich werde da draus jetzt mal zwei Folgen schneiden und die erste jetzt gleich noch online stellen. Und, ähm, ja, wie immer habe ich dann viel Spaß beim Rendern und so. Und ja, ich weiß, ich wollte eigentlich Minecraft machen, aber, ähm, Minecraft fehlt mir das Gesprächsthema zur Zeit. Habe ich auf jeden Fall schon ein bisschen was vorbereitet, was ich da machen will. Ähm, kommt aber demnächst irgendwann auf jeden Fall. Also ich bin noch nicht gestorben beim Vorbereiten. Ich habe nur ein bisschen Holz geholt und, äh, ein bisschen Glas vorbereitet. Nur, dass ihr das schon mal wisst. Ja, und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.